Alle Hallöchen und Willkommen in weiterer Folge... Ja, letztes Mal sind wir genau so stehen geblieben und jetzt geht es natürlich weiter und schauen, was alles noch zu bauen ist. Und falls ihr neu seid, gerne noch ein Abo da, um nichts zu verpassen und wenn euch das Video gefällt, noch ein Like. Ja, was würde ich jetzt sagen, weiter geht es in diese schöne, schönste Dörflein oder eine Siedlung, besser gesagt, es ist noch nicht ein Dörflein. Ja, und da geht es natürlich weiter und ich kann natürlich jetzt den Güterzug rufen. Mal schauen, was der Güterzug bringt. Und der Paket ist schon hier. Achso. Wär es am einfachsten, ist jetzt mal hier, da können wir hinein. Und was hat es hier in Unter... Kanela... 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 Kan... Da... 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 Ich kann nicht mehr. Doch... Waschb.. Unt sees... Saarlon... Mal... 코, stirbt die... Wenn... Wir sind... Von... Đi... Die... 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 From... Die... Seifestück, nochmal ein Waschbecken, nochmal ein Waschbecken, gut, hier, hier, zwei Trockner, eigentlich sind drei Trockner und eine davon ist natürlich zwei, nicht wahr? Was kann ich hier noch bauen? Ein Kühlschrank, eine Nähmaschine, eine Toilette, ein Toaster, eine Nähmaschine, Toilettenpapierkorb, Toilettenpapier, Schneegugel, Pumpenhaus, Blühstier, und ein Banner, Nein, braucht's nicht, das braucht auch schon wenig, ein Kamin, und die Inkanalisation, ein Kamin, da komm, quatschen wir, das wird lustig, witzig, so, Kaffeemaschine, Kühlschrank braucht's auch nicht, aber so zum Sitzen, eigentlich wollte ich eine, ab zwei geht natürlich auch, so, Hier etwas zu spielen, das könnte auch noch witzig sein, unter Inkanalation, Kala, die kann das schon nicht aussprechen, gut, also nicht richtig, Kuchen, Essen, Trinken, nichts, und hier sind weitere, was alles im Kanalations, alles hat, das ist jetzt eine Wasch, eine Waschküche da unten, schön, Was habe ich hier, ah, eine Spielhalle, ich glaube, das ist eine Spielhalle, das kann ich noch hier zufügen, und eine Spielhalle, das da hier, das kann ich noch zufügen, Sonst ist es hier nichts besonderes, für Spielhalle, für Spielhalle geeignet, sehr gut, Popi, da ist unser Popi, Ich kann auch, ich kann auch noch Namen ändern, falls ihr natürlich noch eine Idee habt, den Namen hinein, Hier ist einer am Garten, der ist hier, der Pixel, da kommt Quasar, hilft sogar, der ist doch schön, und hier, ein Briefkasten, das braucht keine Briefkasten, Eine Mülltonne, eine Mülltonne, wäre eigentlich auch nicht schlecht, Ein Hydrant, ja, noch nicht, Werbebande, noch nicht, Grabstein, Picknickteppich, Sicherheitsabsperrung, Ja, gut, Riesenrad, ja, das ist wirklich riesig, aber das Stück, möchte ich ganz später noch bauen, eine Vogelscheuche, ich glaube es ja nicht, Nein, Spaß beiseite, könnte ich auch bauen, ja, das war hier gut, eine Vogelscheuche, ist doch schön, Ei, 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 was gibt's noch, Dich will ich natürlich hier setzen, mit einem Stimmweg, aber eine kleine, Einen, Eee, 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 4 mal 4, So, Nein, das wird beschissen, das wird scheiße aus, Nein, das hat irgendwas, das hat irgendwas, so, jetzt Gebäude, okay, das ist jetzt wirklich groß, diese Beute, tack, und, 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 jetzt geht's noch eine Brun, und ein weiter, kann, kann, Kanalisation, eine weitere Kanalisation, kann man hier bauen, und, Kürbis, eine Vogelscheuche ist auch mit dabei, zwei Vogelscheuche, ein Kürbis hier, ein Kürbis da, denn, als nächstes, ist das da hier, hier, ja, das, das, das sieht toll aus, ein Bank hier und hier, Tisch, braucht, braucht, braucht es überhaupt hier einen Tisch, nicht wirklich, nee, gut, dann gehen wir hinein, ja, das ist groß, ein Kasse, ein Kühlschrank, ein weiterer Kühlschrank, und noch mal ein weiterer Kühlschrank, ein Weinkissen, ein weiterer Weinkissen, ein Fass, ein Obstkissen, Mehlsack, Milchpackung, kleines Fass, kleines Fass, ein weiterer, ein weiterer kleiner Fass, ein Fass, ein Obstkissen, ein weiterer Kühlschrank, das ist, das ist dann ein Laden geworden. 된, was wir? Musik 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 Geschichte Schönes Lederli Einfach den Boden Finde ich nicht so toll Also es Es sieht schön aus Aber ich weiß nicht Ob das zu viel Kürbis Musik Musik Irgendwo kenne ich das Lied In meine schöne Kindheit Musik So Unsere kleine Horrorinsel hier Unsere kleine Horrorladen Aber wo laden 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 Schild Hier So Jo Gut Dann Dann habe ich hier wieder Ein Güterzug Und was kommt Was kriege ich diesmal Oh Pilz Aber ein großer Pilz Ein schöner großer blauer Pilz Ah Ich habe ja noch hier Das da hier Ich hoffe Ich hoffe Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.